Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tay-Tay-Tay-Tay-Tay-Tay, also Trouble in Terroristown, mit, ähm, Mavzockt, ähm, Mia Goubei, Capstone, Nightshade, Horchi, Gratz, Ralfinger LP, äh, Anderson und Dalluka. Man macht sich eigentlich einen einzigen Namen richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Die kenn ich alle gar nicht. Der Capstone. Der Capstone. Ich fand das gut so. Ich fand's super. Darf ich einmal auf Ralf schießen? Das war's für realistisches Intro. Ich bin sehr kippt, Mann. Ich bin sehr pippt. Ich fand's super. Du bist detected. Ah! Arne ist tot. Arne? C. Arne ist tot. Wer war bei Arne? Wer ist das? Crabbube ist bei mir. Ich bin's nicht, hab ne Jutsch. Ey, wenn man ne Jutsch hat, dann wehrt man's immer. Echt? Nee, wenn ich Jutsch hat, ist unschuldig. Ist das so? Hier sind Klavier, einfach mal so. Cool. Oh, hier gibt's nicht. Hier, guck mal, hier sind die gesunden Sachen. Wer ist das? Boah, ichi. Und? Wo? Da wurde doch geschossen. Da wurde geschossen. Aber es ist ein Traitor gekillt worden, ja. Ralf muss ein Traitor gekillt haben. Ja, der war im Traitor. Ich hab mir den Scheißfleck am Boden angeguckt. Ich bin ein Traitor, ey. Ich bin ein Traitor, ey. Na, ist okay. Bin Traitor, sag ich auch noch, Idiot. Ich bin Traitor, na dann. Hey, froh, dass du jetzt Detective warst und nicht in, oder wärst du nicht mal aus der Sache rausgekommen. Ja. Ich lauf hier hinter Craps, ja. Ich hab mich auf dem Schiff verlaufen. Wow. Wenn du immer in eine Richtung rennst, musst du irgendwann das Ente erreichen. Roboy, was geht bei dir auf? Disco. Du das auch mal. Disco Rave. Ich bin in der Raum Nummer 2, der Traitor bitte in Raum Nummer 2. Ey, Craps, komm mal rein hier. Wenn du Traitor bist, gehen wir in Raum Nummer 2. Ich bin aber auch kein Traitor. Ich kann den Raum sein, ey. Ich hab auch ein bisschen mit einem Schiff in der Nightshade hier. Was heißt denn schon wieder? Bist du mal? Da! Oh, um der Schiff, um der Schiff, um der Schiff hat geschossen. Grenze, Grenze, Grenze geschossen. Ja, ne, nach gerade. Ja, und? Auf der Schiff hat geschossen. Du, wie hast du denn geschossen? Auf die Tür. Warum? Weil die hässlich war. Hat sie dir getan? Warum? Wollt mich nicht reinlassen. Ich glaub, ihn haben wir nicht. Scheiß Tür, geh auch rein! Ich hab Tür zu, wer rauskommt, ist dann innocent. Ich wurde umstellt, ey. Oder du bist das Horchi. Das geht nicht, das geht nicht. Ey, Ralf hat ja die geile Shotgun, ey. Kann ich die? Ne. Er hat auf mich geschossen. Da, du hast nur mal auf mich geschossen. Ich geh duschen. Geschossen kann man nicht sagen. Du wolltest mich tasern, aber warum? Weil du am Boden was gemacht hast. Und ich wollte eben die Lage überblicken. Ja, genau richtig, weil ich den Riegel aufgehoben habe. Ja, ich wollte gucken, was du machst. Ich hätte ja genug Zeit gehabt, dahin zu rennen und zu gucken. So ist ja sonst keiner da. Ist ja gemein. Oh, hier liegt wer? Wer liegt denn hier? Aber ich glaub, der Taser hat entweder Bullet Drop oder wirkt auf die Entfernung. Oh, Hanne ist tot. Oh, wirklich? Ja, und wir sind schon seine Runden anfangen tot. Hanne ist ja schon seine Runden anfangen tot. Hanne ist ja eh drücken. Hanne ist ja sonst gestorben. Ja, aber ich kann nicht konfirmt. Da müsstest du trinken. Musst halt loslassen, musst halt loslassen. Als Traitor. Ach, wirklich. Die Bombe hochgegangen. Das geht nicht. Das geht nicht. Kann nur den Detektor vorhören. Ich glaub, Krabs hat die Bombe gelegt. Er hat gar keine Diegel aufgehoben. Er hat erst die Bombe gelegt und dann die Diegel aufgehoben. Genau. Weil ich da auch hinten am Ende des Schiffs an der Bombe liegen würde. Ja, genau. Weil ich das auch machen würde, obwohl gar kein Schwein da ist. Ja, aber wenn du am Ende... Ja, aber dann hättest du ja wenigstens die Bombe gehört, weil die ist ja da explodiert. Die muss ja genau neben die explodiert sein. Nee, bin da ja nicht. Aber die Bombe war ja auch da. Das war hier nicht an. Aber warte mal. Sie wurde weggesnipert. Soll ich sagen? Hallo. Guten Tag. Gerns. Vielleicht will man es. Ich so eine Waffe immer noch. Oh ja. Irgendwas. Boah, ich hab bis jetzt... Ehrlich... Erst sieht man euch alle und dann sieht man keinen mehr. Gerns, warum schmeißt du an den Überfahrt? Ich spiel Titanic-Nars. Achso, okay. Musst du aber festhalten, dabei weißt du schon, ja? Kannst du aber nicht so gut. Immer noch. Einer hängt wie eine Galleonsfigur an unserem... Crash ist tot. Okay. Und der war es nicht. Wo war der? Ich hab nur einen Scoreback, als er tot war. Okay. Dann hab ich ihn gesucht. Und ich... Jetzt erzähl mir mehr. Woran ist er gestorben? Was hast du gesehen? Du bist der Einzige, der hier hinten am Schiff war. Ja, okay. Du hast Glück gehabt, ey. Jetzt komm mit. Ich hab... So, wir kriegen ins Horchen. Komm mit. Hab ich schon, hab ich schon. Ich vertraue dir doch, weil du so blauen Scheiben hier hast. So, Krabs lebt und er ist Traitor. Alter. Hier muss ein bisschen gewaltsamer... Alter, wieso konntest du dich noch bewegen? Du bist in die Bärenfalle gelaufen. Ja, ich häng dir auch mal fest. Ich sterb ja auch grad. Oh. Dalu. Ohne Witz. Manchmal denke ich, Dalu hat ein Aim-Board. Es war Krabs vor mir, da aus dem Dingel. Verdammt. Sorry, das hab ich halt nicht gesehen. Ich seh vor einem Lightshed vor mir und da kommt einfach Dings von dem Klamm. Ich hab mir grad die perfekte Position gesucht, ganz auf Anspruch zu ziehen. Kamst du her, Ralf? Ganz ehrlich. Oh Mann. Ohne, dass du weißt, dass da einer da liegt, ey. So zu schießen. Ich hab Gurubai erstmal verhört. Ja. Aber auf amerikanische Weise. Auf amerikanische Polizeiweise hab ich dich verhört. Erst tasern, dann Feuer legen und dann... Ach du hast auch noch das Feuer gekriegt. Jaja, das war auch... Ich muss noch das Feuer machen. Bisschen Druck aufbauen, ey. Ey, der Timer geht nicht los. Wie wurde er umgebracht? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Wer putzt sich wann die Nase? Ja genau. Was, wer pudert sich die Nase? Wer putzt sich wann die Nase? Ich hab keine Nase. Ich hab mal wieder keine Waffen, ey. Ich hab keine Waffe, ah hier. Ich hab keine Nase. Das ist natürlich ein Problem. Ich hab keine Nase. Das ist echt Wacke. Zum Poolern ist es schwer, ja. Der Pool sieht total einladend aus. Da läuft jetzt hinter mir her. Sogar eine Schottie dabei. Ja, aber ich will eine Diegel. Willst du tauschen? Nein. Ey, nein. Ich hab deine Videos gesehen. Oh, oh. Deine Videos gesehen. Ey, ich wollte die Tür eigentlich zumachen. Haben wir drei Detectives? Ja. Ein hübscher Raum hier. Hast du ein Radar gerade, Gorobai? Ja. Wer ist der nächste Punkt von uns hier? Wer ist ganz nah dran? Ganz nah dran? Oh, da ist eine Pue. Weiß ich gar nicht, wie weit die da sind. Ja, nein, nein. Ist das nur einer oder mehrere? Ah, das sind mehrere. Ah, schade. Weil einer hat nämlich gerade hinter uns diese Falle befiegt. Ey! Und da läuft. Das wäre natürlich du für den. Dead Ringer hier am Anfang ist gut. Am Anfang vom Schiffen. Aber hier ist zu. Wer war gerade... Wer war gerade im Pool? Der ist im Pool gestorben. Komm, die Treppen decken mit dem... Was ist denn das fürn Raum? Den kenn' ich gar nicht. Mav, guck mal hier unten, ob hier einer ist. Ob sie auf dem Deck hier jemand zeigt. Oh, scheiße. Nightshade, Nightshade! Schieß links, schieß links, schieß links! Nightshade! Anna! Unten drin sein. Kann nur unten drin sein. Ja, hier ist... Anna ist es, Leute! Rein, 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 rein! Der muss hier irgendwo sein. Ich seh keinen von euch, das ist super. Also mein Radar sagt hier hinten... Ja, ich folg einfach mal, aber ich folg noch nicht mal. Oh, da ist Otto. Da ist Grenz, da ist Anne. Ist keiner mehr. Anne ist tot. Aber Nightshade fehlt noch. Obwohl, Quatsch, Nightshade war aber confirmed dead bei mir. Äh, Fake-Leiche? Ne, ne, das ist... Also die einzigen beiden Toten, die confirmed sind, sind Anne und Grenz. Der ist kurz confirmed, dann wäre normal. Dann ist Nightshade auf jeden Fall einer. Ja, ja. Sorry, sorry, sorry. Hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Nein, das bin ich doch! Ich hab doch keinen abgeschossen! Ich weiß nicht, ob man ihn nicht vertrauen kann, aber er war auf jeden Fall da. Ja, er lasst mich einfach Nightshade erschießen. Ja, er wollte mich abschießen, aber ich hab nichts getan. In Horchi haben wir nichts gesehen. Oh, hier sind Dodos. Ja, er wollte mich abschießen. Nein, ich wollte Horchi abschießen. Warum? Ich hab Anne gekillt. Warum killst du mich? Ja, aber Anne war... Ah, okay. Traitor. Jaaa. Und jetzt sagt mir mal lieber, wo ihr noch ein paar Punkte sind, damit ich Nightshade... Danke mal. Und Krabs deckt Nightshade! Nein! Tut er nicht! Nightshade stand genau hinter dir! Und du hast nichts getan! Ich hab ihn nicht mal gesehen, Mann! Nein! Er saß hinter dir einen Meter! Er hat dir schon fast den Hintern gepudert, ey! Ich hab kein Hintern. Er hat dir schon fast den Hintern gepudert! Da ist er! Nightshade ist tot! So! Traitor! Traitor! Und ich meine jetzt hoher Verdacht auf Krabs! Ich bin tot! Ich bin tot! Crabs ist es! Ich bin es nicht! Hab ich gerade geschossen? Nein! Hab ich nicht! Bärenfalle! Oder sowas! Ist es nicht, ist Dala tot! Dala ist tot! Es hat jeden Fall ruhig! Und ich bin nach dem Traitor gekillt! Also bleibt nur Krabs übrig! Na gut dann! Krabs K.O.S. Was find die K.O.S.? Er ist es nicht killed on side? Ja, aber das ist was anderes! Hallo! Das wurde mir mal gesagt damals bei den alten Runden! Dann ist er halt... Also Horchi! Wie sieht's aus? Rede mit mir! Traitor oder nicht! Ich hab'n Traitor gekillt! Immer noch! Wo ist er denn jetzt, Krabs? Du bist ein Scheiß-Detective! Das stimmt überhaupt nicht! Du bist ein Scheiß-Detective! Du bist ein Scheiß-Detective! Du bist ein Scheiß-Detective! Ich mag Goro bei mir! Goro bei, lebst du noch? Mh... Okay... Ich bin leicht! Du musst die blöde Leiche einen neuen Platz finden! Du bist Detective! Ist doch egal! Du kannst ruhig sein, dass du nicht lebst! Ich suche nur Krabs hier in side! Wie komm ich denn nach ganz unten? Treppe? Ah, da unten liegt die Leiche! Hier ist ein Dalu! Hahaha! Na? Campst du da rum oder was? Ich seh' wieder Kaff'n der Web hier! Einer zweite Idee, die sich jetzt endlich mal ein Radar kaufen! Der ist schon tot! Ach nö! Achso! Achso! Also laut meinem Radar lebt er noch! Ehhhhh! Okay! Oder? Wo ist Krabs? Der hat so rollt hier rum! Achso! Wo seid ihr denn? Er kämpft halt noch zwei Minuten übrigens! Zwei Minuten neun! Vier Leichen in 30 Sekunden! Also Zeit wird neun! Also in den Duschen ist keiner! Dalu Cup bei nur Cent! Einer des Krabs auf jeden Fall! Das wissen wir auch schon! Boah! Ist wieder ein unsichtbar! Ach komm! Geh doch weg! Das ist aber unendlich! Das ist für langweilig hier! Ich hab ihn hier! Ja! Hier! Ja keine Ahnung wo das auf dem Schiff ist man! Das ist irgendwo auf dem so verfluchten Scheisschiff! Oh da ist er! Oh da ist er! Ich hab' diese fucking Beer Trap auch nicht legen kann! Wird laufen geil! Oh! Es sieht so lustig aus wenn der... Ah! Du hast die Leiche in die Beer Trap gelegt oder? Dann hat's dich ausgelöst! Ja genau! Ich wollte die eigentlich daneben legen dass wenn die den confirm wollen dann direkt reinläuft! Entschuldigung! Es hätte vielleicht geklappt wenn du erst die Leiche hingelegt hättest und dann die Falle da rein! Ja aber ich könnte ja die Beer Trap auch nicht mehr legen! Also wie gesagt hier funktioniert immer nur alles einmal! Wenn überhaupt! Ja kann ich nicht! Ich häng jetzt drin in der Tür! Lass mich doch raus in der Tür! Ich häng drinnen! Das ist eine Pisswaffe! Danke! Du schiebst mir deinen Arsch in die Tür rein! Sag doch nicht raus! Ralf ey! Ich meine Wasser weggeworfen! Jeder hat keine mehr! Ich bin Detective! War also nicht ganz so schlau! Ich bin innocent! Ich bin auch Inno! Andy fiel gerade irgendwo rum! Neckt das Video! Oh! Ich fiel rum wo ich will! Mit gar nichts zu sagen! Ah dann ist es! Weil sie läuft wo sie will! Ich bin nicht blau! Au! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Graf ihn! Graf ihn! Ja! Mann! Was hat er gemacht? Krabs ist tot oder was? Er hat gesnipert und hat sich dann geduckt und versteckt! So hört sich das! Krabs ist zu dick! Er mag nicht immer das Ding! Werft ihn über Bord! Oh Crabs! Hör mal auf damit jetzt! Ist Krabs zu fett? Hör auf rumzuzappeln! Er hat nur schwere Knochen! Das geht nicht mit der Leiche ey! Ich bin hier bei Ralf! Sing ein Lied Ralf! Beide nicht mehr! Mal auf den Arm doch einfach! Horschi ist tot! Wenn wir das noch nicht wussten. Was reicht denn jetzt? Keine Ahnung, ich verpiss. Mach mal's go, siehst du das auch? Ja, 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 drop. Ja, nein. Na jetzt falle halt runter. Er confirmt dann immer Silent. Ach, Mann. Warte. Ja, aber dann müsste er der Dringer anhaben und Traitor sein. Dass er sich damit selber gemacht hat. Ja, passt. Ja, warte, könnte Heuchel dann nicht Traitor sein? Stopf's ihn. Weiß ich nicht. Komm her. Achtung. Aua. Das sind unsichtbare Wände, die das dahinten haben. Lalu? Ruf ihn vorne runter. Lalu? Ja. Und tschüss. Perfekt. Ja, das ist nicht ganz weg, aber fast weg. Eine Scout und eine Diegel. Ja, das spielt ein Leonsfigur, das ist schon okay. Wow. Wer war das? Wer war das? Das mussten eigentlich du gewesen sein. Horchi war's, jo. Horchi frei zum Abschuss, Leute. Ja? Horchi frei. Ja, wenn Horchi lebt sowieso, weil er im Skoda tot steht. Hab ihn. Super, er war Traitor. Gut. Da ist Marv, aber Marv ist safe. Wer hat den jetzt erschossen? Wer hat Horchi erschossen? Ich. Ach, scheiße. Ja, wäre gut, wenn noch irgendjemand mit drauf geschossen hätte, weißt du. Alibi-mäßig ist irgendjemand mitgelaufen, aber ich weiß nicht wer. Bin sie ja jetzt. Ist bestimmt Marv gewesen sein, der war die ganze Zeit bei euch gewesen. Ne, Marv kam von einer anderen Richtung. Aber Marv hat da vorher schon Craps gekillt. Habt ihr die Leichen entsorgt von den Traitern? Kannste nicht. Die hängen hier auf dem Schiff immer fest. Ich hab Horchi gefunden. Nochmal? Du hast Horchis Fake-Leiche gefunden. Das ist aber unlogisch. Der hat doch nicht die Fake-Leiche mitten im Kampf geworfen. Ne, aber er hat die Fake-Leiche vielleicht vorher schon geworfen. Ne, ich hab ihn nicht geworfen. Und wenn keiner die confirmt. Ne, ganz vorher. Also er steht da schon seit Ewigkeiten im Skorbot als Tod. Dass er die Fake-Leiche einfach geschmissen hat und einfach nicht confirmt hat. Vielleicht steht es dann als Tod normal drin. Ich hab keine Ahnung. Ja, GURUBOY ist seit gar nichts. Ja, schon seit 10 Minuten, du sagst kein Wort, ey. Wer? Na du, GURUBOY. Also du, GURUBOY, GURUBOY ist extrem verdächtig, finde ich. Oh shit, ich hatte. Ja, du hast dich durch die Tür geportet, ey. Du hättest mich unten, als wir da in diesem Gesangsraum waren, schon töten können. Achtung, Gramps, 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 Gramps. Oh, pass auf, Gramps. Weiß das doch nicht. Ne, ich muss da lösen du dir, ne? Ne, das meine ich nicht. Die Traitor-Scheibe ist noch an. GURUBOY ist weg, Leute. Boah, die sind voll weg und sahen. Ich musste doch weglaufen, du hättest du sonst noch mich geschossen. Warte mal, Gramps. Warte mal, Gramps. Na, du willst mich töten bestimmt. GURUBOY, der stand direkt neben mir. Es sind beide Tatverdächtigen, die sind hier, Gramps. Wo ist hier? Scouts und du wurde gerade geschossen. Beide Tatverdächtigen verfolgen dich, Gramps. Werf einfach ne Heilige hinter mich. Das ist total unfair, Mann. GURUBOY. Wer ist denn? Sektiv hier gerade? Anne, okay. Oh, Anne, hey! Wer hat denn hier gerade geschossen? Anne war das. Ralf hatte ne Scout. Wollte probieren nochmal die Scheibe. Ach, jetzt schiebe ich Ralf. Ne, dann schiebe ich jetzt Koro bei. Okay, dann ist die Runde vorbei. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Ralf ist es. Ralf hatte vorhin schon ne Scout. Nightshade ist aber auch nicht safe. Ja, aber was mit Nightshade? Das ist auch nicht safe. Ich habe zusammen mit Anne Leichen entzockt, ich bin safe. Äh, Nightshade ist sehr unwahrscheinlich, dass es ist. Er hat mich schon öfters töten können. Moment, Moment. Was ist mit Marv? Ach so, Marv hat die erste Chance. Ja, ja. Aber du hättest die ganze Zeit nicht mehr geredet. Also habe ich im Scoreboard geguckt. Wer ist eigentlich Marv? Ist der schon dumm? Hier ist Ralf. Ja, lass mich einfach hier drin. Geht auch einfach weg. Hau ihm nicht. Und jetzt wird es kaliert. Hinter dir, Anne, hinter dir. Ich weiß leider nicht wo. Ich will doch auch was mitmachen. Oh, Mann. Schade. War schon Overtime. Irgendwas musste ich machen. Leute, schieße. Äh, wie ändert ich den Todesgrund eigentlich? Vor der Waffe, äh, mit der Leiche. Im Grund des Todes. Mit E. Mit E? Äh? Trader, wieder mit Leben. Goro beiget bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Den Defilator. Welche Stoffgrenze? Ich meine E, ja. Einfach E? Okay. Fliegel. Ja. Aber Horche, was genau war da jetzt passiert? Ich hab dir der Fake-Leiche in den Geschmissen aus Versehen. Oh no. Ich hab dir den Fake-Leiche in den Geschmissen aus Versehen. Ja, du hast ne Fake-Leiche in den Geschmissen aus Versehen. Ich hab dich doch getötet. Aber ich hab dich doch getötet. Ich wollte den Grund nur ändern erstmal. Dem Moment oder nicht? Nein, du hast ihn viel, viel später getötet. Er stand doch vorher schon die ganze Zeit tot im Scoreboard. 20 Minuten. Ne, ich wollte den Grund ändern irgendwie in der Hand. Aber es ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Das war strange, ey. Ich hab das überhaupt nicht gerafft, ey. Du musst einfach R drücken, wenn du die Fake-Leiche in der Hand hast. Ach, R? Toll. Nightshade? Wenn du als Traitor den Grund deines Todes mit der Fake-Leiche ändern willst, musst du einfach nur R drücken. Ich wollte für jemanden ja schließen. Die Tür geht falsch rum auf. Ja. Bei mir auch. Wo warst du denn gerade? Ich fahre auf der anderen Seite. Nur einer konnte sie öffnen. Na, alles bei mir. Komm, Mavus. Socorus. Hä? Ich hör was. Hast du keine Waffe mehr? Willst du ne... Du hast nur ne Dingens, ne? Nimm die. Hey. Du hast die jetzt abgeschossen. Hast du keine? Hier. Ich hab die AR-15. Er hat geschossen. Daru ist es. Daru ist es. Daru ist es. Daru, 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 Daru. Daru hat auf mich geschossen. Daru kannst du sagen. Daru kannst du sagen. Daru. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Schon wieder? Und Mav. Doro bei, nein. Okay. Daru, Mav. Daru ist Dalu. Können die jetzt eine auch mal ÖÖI, Conform bitte? Ja, wie denn. Ich weiß nie wie das sind. Keine Ahnung. Irgendwer muss hier abgeschossen haben. Daru und Mav. Wer lebt denn jetzt noch? Daru und Mav. Daru und Mal. Ich lebe auch noch, ich lebe auch noch. Ralf ist tot. Ralf meinte Dalu und der andere Seite Ralf. Also Ralf? Ja okay, dann ist es Dalu, wenn er nicht tot ist. Ja. Dalu? Lebst du, ne? Ich bin tot, ich darf nicht reden. Schöner Versuch, schöner Versuch. Ich muss mich ja auch an die Regeln halten, ne? Schießt auf mich. Ich war's. Dann ist gut, danke. Nimm es einfach hin. Also ist Dalu jetzt kill on side oder wie? Nein, das wäre voll unfair. Ralf ist bei mir hier, also wieso bist du wounded? Ich glaube, Ralf redet nicht mehr viel, der ist so still geworden, seitdem ich ihn angeschoss. Ah! Seitdem er abgehauen ist. Anne? Anne, ich habe Angst. Ah! Anne ist auch tot. Ich glaube, Anne ist tot. Oh, Ralf ist, Ralf ist! Was? Wieso Grenz? Hä, stopp! Grenz ist es nicht! Aber der schießt mich ja? Ja, stimmt, das bin aber ich! Ich hasse euch. Ich käfer jetzt alle von euch. Kein Problem. Also ist dann Nightshade Dalu. Nightshade Dalu. Nightshade Dalu und Marv. Okay. Grandshade Dalu, er ballert einfach hier Gorobai ab, ey. Nightshade Dalu. Einfach so. Äh, Nightshade Dalu und Marv. Ach ja. Komm, wir wechseln alle unsere Identität, dann weißt du nicht mehr mehr, welcher hier. Ich stehe auf jeden Fall, ich sehe, mir ist egal. Ein Inno lebt noch. Nein. Man muss Opfer eingehen. Renn Goro, bei Renn. Achso, bist du der Inno? Fuck, doch nicht. Schulte! Juuu! Ah, ich wusste, dass das Dalu eigentlich ist. Riechen sind lustig. Aber Marv gut reagiert, ey. Direkt Dalu wieder belegen. Wir wussten ja, dass sie es sind, aber die haben sich ja verkleidet. Ich war ja später nicht mehr als Dalu-Kann unterwegs. Ich hab auch Dalu-Marv gehört, aber ich hab's nicht gesehen. Deswegen dachte ich nur Grants. Was warst du das unterwegs? Äh, dann als Grants. Ich hab mich als Grants verkleidet. Dann als Goro-Boy. Wie geht das denn mit R oder was? Ne, Doppelgänger kannst du kaufen als Traitor. Dann kriegst du ein Messer. Und wenn du das Messer halt in irgendwen reinstiegst, kriegst du sozusagen die DNA. Und mit Rechtstieg aktivierst du dich dann. Alles ich weiß, wie du hier mitmach, ey. Ist zu selten. Ja, aber das funktioniert auch nicht wie immer. Man freut einfach Dalu nie. Das reicht schon.